Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück am Montagabend 18 Uhr zu einer Runde Paddel. Ja, die Woche hat wieder angefangen. Schule war nicht viel Besonderes, war ganz okay. Gut, ich will auch nicht viel drumherum labern, die Folge wird ein bisschen kürzer, weil es ist schon 20 vor 5. Und ja, da die ja eigentlich um 6 Uhr online gehen sollte, machen wir die heute ein bisschen kürzer in der Gießerei. So, Flüssigkeit, Lava, Besonderheit, härtet bei Kontakt mit Luft aus, muss regelmäßig erhitzt werden. Tipp, rollende Lava gleitet besser als abgekühlte Lava. Aber wenn sie zu härten beginnt, kann sie dabei helfen, einen Schalter zu aktivieren. Okay. Das werden wir beherzigen. Und, das machen wir bestimmt noch einmal. Alles klar, und go. Brems. Alter. Und weiter geht's. Na, ist aber gemein, ey. Stopp. Na, ich schaffe mir nicht. Oder? Doch. Doch, wenn es geschafft, oder? Zählt das? Jawohl. Nice. Einmal hin geschafft. Da geht's. War jetzt nicht ganz so schwer. Okay. 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 Kann ich schon was machen, ey. Ah. Flüssigkeit, Lava, Besonderheit, hält bei Kontakt mit Lava aus, muss regelmäßig erhitzt werden. Tipp, bei Boden der Lava kannst du bei Infrarot besser sehen, lass sie nicht abkühlen. Okay. Okay. Komm alles da zu dem Feuer hin. sehr schön und runter sehr gut dürfte heiß genug sein oder der gewarsch und go fliegt 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 das war und rüber und rüber und da unten ist hitze ist klar und geschafft das ist alles noch ziemlich easy oder kann immer locker mit gold flüssigkeit laber besonderheit hättet bei kontakt luft aus muss regelmäßig hitze werden tipp die pfeile zeigen dir wenn du deine flüssigkeit lenken musst ok übertreibt doch nicht alles schön da unten rein wo war da geht's ok da ist ein knopf und drauf jawohl sehr gut und weiter geht's weiter geht's nicht abkerten scheiße schade nein wir warten und jetzt kommt schon ok das war nicht gut nochmal stopp und das nein ok da müssen wir anhalten nein 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 jetzt und bremsen und weiter geht's sehr gut alles heiß machen und den knopf drücken zählt das nicht schade war noch nicht alter wird nix jetzt haben wir es können aber knapp werden das wird nix nö das level ist schon ein bisschen schwieriger und stopp und weiter alles heiß machen nein alter stopp 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 sehr gut und los und los und stopp ist mich verarscht Ah, Knöpsel war noch. Okay, okay. Nächstes Level. Eins geht noch. Flüssigkeit, Lava, Besonderheit kühlt sich ständig ab. Tipp vermeide kalte Luftströme und erhält sich Flüssigkeit schnell mit den Feuern, die über den Level verstreut sind. Okay. Okay, warte, das Level geht noch. Nichts verlieren. Alles gut. Weiter geht's. Stopp. Scheiße. Was, so schnell wie das Ding kaputt. Was ist das, Sepp? Naja, aber gut. Und das erste bisschen verloren. Sehr gut. Und weiter geht's. Jetzt kommt da gleich diese Mauer. Alles klar. So, und da ist die Hitze. Schön heiß machen. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Sehr gut. Und go. Fang das auf, alter. Der ist ziemlich schwer zu kontrollieren. Alter, Fahra. Alter, Fahra. vermutlich nicht ne aber egal hier ist erst mal heiß jetzt und weiter geht's exit alter geschafft ja oder jawohl so mit gold sogar alles klar das soll zuerst immer wieder gewesen sein morgen dann hoffentlich mal wieder mit längeren folge also gut bis morgen leute auch wieder einschalten danke heute fürs einschalten und rein